Die militärische Zerstörung von Staudämmen ist heute schon mit dem Kriegsvölkerrecht nicht vereinbar. Das gilt übrigens auch für Angriffe und die Gefährdung von Atomkraftwerken. Und wir reden hier nicht darum, dass dies der erste Fall ist. Wir wissen nicht, was in Kerhofka genau passiert ist. Wir wissen, das hat der Kollege Lechte ja deutlich gesagt, dass es dort eine Explosion gegeben hat. Aber ich denke schon, wir müssen von diesem Bundestag das einheitliche Signal senden. Wir wollen mit der Kultur der Straflosigkeit bei Verstößen gegen das Völkerrecht endlich ein Ende machen. Das ist die gemeinsame Überzeugung dieses gesamten Hauses, zumindest des demokratischen Teil dieses Hauses.